Bald steht das 30-jährige Jubiläum von Power Rangers ins Haus und Hasbro hat vor einigen Wochen ein paar News verkündet, die wohl alle etwas überrascht haben. Lasst uns jetzt also mal auf die ersten Infos von Power Rangers Cosmic Fury blicken. Das hier ist ein kleines Ergänzungsvideo zu die Zukunft von Power Rangers. Wenn ihr das also noch nicht gesehen habt, schaut da doch zuerst rein. Das Video findet ihr auf dem i. Zu einem 30-jährigen Jubiläum gehört natürlich auch das Comeback von alten RangerInnen. Und von offizieller Seite wurde schon mal David Yost bestätigt, der in den ersten vier Staffeln Willi gespielt hat und Walter Jones, der in den ersten zwei Staffeln der Schwarze Ranger war. Bei den anderen SchauspielerInnen spekuliert gerade Hardcore das Fandom. In Dino Fury wurde ja auch Lord Zedd wiederbelebt und der scheint auch in Cosmic Fury wieder einer der Hauptantagonisten zu sein. Ich habe mich damals ja sehr über sein Comeback in 5 schlechte Dinge an Dino Fury aufgeregt, aber hey, vielleicht machen sie ja auch hier wieder was Nettes mit ihm. Und bevor wir jetzt zur krassesten Enthüllung überhaupt kommen, hier erstmal kurz ein Dankeschön an alle von euch, die mir letztens ein paar kleine Euro bei Kofi hinterlassen haben. Ich weiß das irre zu schätzen und jeder von euch, den es betrifft, ihr wisst wer gemeint ist. Vielen, vielen lieben Dank und das Geld geht hier in weitere Projekte rund um Tricera Blue. Nochmal wirklich vielen, vielen Dank. Ich mache was Sinnvolles damit, glaubt mir. So, kommen wir jetzt mal zum Elefanten im Raum. Welches Sentai-Material wird für Cosmic Fury genommen? Und irgendwie hatte ich das letzte Mal mit zwei Punkten ganz recht. Allerdings jeweils nur zur Hälfte sozusagen. Also, die Roboter-Szenen werden aus Q-Ranger übernommen. Allerdings wirklich nur die Sort-Szenen. Alles außerhalb davon wird man komplett selbst drehen. Und dafür wurde von Sarah Woon auch mal gleich neue Suits designt. Also, lasst uns mal einen Blick auf die ersten Selfmade-Suits seit langem gucken. Also, wir haben hier dieses eine Promo-Bild. Wie ihr sehen könnt, die Stiefel und die Helme sind doch relativ die gleichen wie in den Dino-Fury-Suits. Die Helme wurden leicht abgeändert. Izzy und Iron haben so ein paar nette kleine Paint-Jobs an den Helmen und ein paar kleine Applikationen bekommen. Die Brust an sich sieht schon sehr, sehr frei aus. Wir haben so eine Art, ja, ich würde jetzt mal sagen, Harnisch. Und am unteren Teil des Oberkörpers haben wir so eine silberne Stelle. Und auf der anderen Seite ist dann das Grün bzw. das Gold ein bisschen dunkler. Auf dem Gürtel ist der gute alte Powerblitz. Der gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so, aber das ist reine Geschmackssache. Mich erinnert er immer wieder an die Zeit, als man bei den Spielsachen unbedingt überall diesen Power-Morpher hinklatschen musste, auch wenn er da nicht war. Aber das ist meine persönliche Erfahrung. Es gibt definitiv noch viel, viel schlimmere Entscheidungen, die man hätte treffen können. Was ich aber ganz interessant finde, ist, dass ihr auch endlich individuelle Waffen bekommt. Das hat mir so ein bisschen in Dino-Fury gefehlt. Izzy hat Dolche mit so Säbelzahntigerköpfen am Griff. Und Iron hat so einen tollen fancy Mosa-Laser. Das mag ich irgendwie. Lass uns zum Schluss noch einen Blick auf die neuen Morpher werfen. Der ist ja im Grunde genau der gleiche wie in Dino-Fury, nur eben vom Design her so, als hätte man ihn jetzt aufgestellt. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Hinten am Kopf von dem Dino sieht man übrigens eine kleine grüne Kuppel. Das könnte unter Umständen eine Q-Dama sein. Das waren so Sammelt-Gimmicks bei Q-Ranger. Und vielleicht werden die ja mit übernommen und dann kann man sie halt in den Morpher stecken. Das wäre irgendwie ganz nice. Aber das müssen wir erst mal sehen. Ja, und das war es jetzt erst einmal. Bisher haben wir nur diese zwei Konzeptzeichnungen gesehen. Und auch nur von Grün und von Gold. Cosmic Fury wird international am selben Tag auf Netflix starten. Das finde ich übrigens auch noch ganz gut als kleine Info. Dann haben wir nicht dieses Zeitversetzte, was mich sehr, sehr oft sehr, sehr genervt hat. Aber dann wird sich vielleicht wieder das Synchronstudio ändern. Wir gucken mal. Q-Ranger selbst hat ja einiges noch mehr an RangerInnen und natürlich auch an Sords, die wir sehen werden. Was meint ihr? Bekommt Void Knight vielleicht in der Staffel endlich mal seinen eigenen Sord? Und ja, welchen ehemaligen Ranger oder RangerInnen würdet ihr gerne sehen? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare. Und ihr hört, ich war die letzten Wochen ein bisschen krank. Deswegen kam auf Tricera Blue nicht so viel. Ich komme so langsam wieder rein. Wenn ihr euch die Zeit noch ein bisschen vertreiben wollt, findet ihr hier unten die Geschichte von Super Sentai, dem japanischen Original von Power Rangers. Und unten drunter fünf gute Dinge an Power Rangers Ninja Storm. Guckt euch das an und sobald ich wieder fit bin, kommt auch wieder mehr Content. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis dann. Ciao.